So, Episode 7. Ihr seht das hier, weil ihr noch gar nicht die Opening Sequenz gesehen habt. Die zeige ich euch jetzt und dann geht's weiter in Episode 7. So, Episode 7. Ihr seht das hier. So, Episode 7. Ihr seht das hier. So, Episode 7. Ihr seht das hier. Ich habe richtig Bock auf so einen Tales of Rise Anime. Aber jetzt geht's weiter in unserer Episode und wir rocken los. So, Ausgangsbasis stimmt. Wir sind ziemlich am Arsch. Aber wir haben Moskul gerettet. So sieht es zumindest mal aus. Kehren nach Ulsterberg zurück. Und wir haben immer noch unseren Buff am Laufen. Eisenmaske ist auch ziemlich am Arsch. Haben wir noch genug zum Heilen? Nö. Haben wir hier ein Lager? Eigentlich auch nicht, aber es ist Wurscht. Wir können nämlich einfach zurückporten. Ich würde mich trotzdem gerne ganz kurz mal umschauen, weil... Vielleicht ist ja hier noch irgendwo ein bisschen Loot. Bezweifel ist zwar, aber... Ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß. Nö, das scheint nicht so sein. Also... Springen wir zurück nach Ulsterberg. War ein schnelles Ding. Und ich glaube, wir gehen am besten jetzt zuerst einmal ins Gasthaus und ruhen uns dort aus. Was mir auch gerade auffällt, die Ladezeiten von Tales of Rise sind richtig gut. Richtig, richtig gut. Das Spiel ist... Einfach geschmeidigst. So, erstmal hier, Kaufmann. Trank des Lebens. Fünf Stück haben wir. Fleischreste brauchen wir vorerst nicht. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Alle Handelsbahnen verkaufen. Grusseisern, Hundemarke, Eisenstück. Das machen wir gleich. Ich würde mich gerne ganz kurz sehen... Ob das hier im Sonntaggetab auftaucht. Nein. Wo taucht es auf? Es taucht an gar keiner Stelle auf. Doch, hier. Erzieht beim Verkaufen ein kleines Zümmchen. Wieso sehen wir das nicht? Ist auch ein interessanter Ansatz zu sagen... Ja gut, in Anführungszeichen Schrott. Ah doch, hier. Es taucht bei Materialien auf. Okay, nicht zu gebrauchen als Material. Befindet sich beim Tab Materialien. Well done. Macht nichts. Ich finde gut auf jeden Fall, dass gleich die Info kommt. Hier, willst du deinen Schrott verkaufen oder was ist Phase? So, ich merke gerade. Jetzt. So, mehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ja, wir schlafen noch. Ich bin etwas verwirrt. Sommer von Ausruhen kochen. Natürlich. Können wir Dampfkartoffeln machen. Ja. KP nach Kampf heilen. Stellt euch ein, dann kam es 5% der maximalen KP der Gruppe wieder her. Auch nicht schlecht. Heben wir uns jetzt erstmal auf. Und Weizen kriegen wir mal eigentlich gut was. Und das können wir auch gut gebrauchen. Okay. Tabe na sei. Das sehe ich eigentlich gerne als Weckton. In so einer Extended Version. Weil das Weckbild natürlich nicht nach 8 Sekunden oder wie lange das geht. Aber ich habe schon erbät, dass Taser Rise sehr, sehr gut ist. So, ich habe schon gesagt, dass Taser Rise sehr gut ist. Es ist ein sehr schönes Wachord. Wenn ich mich nicht so gesehen habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr als ein Wachord habe. Ich will mich nicht mehr als ein Wachord zu tun. Wenn ich nicht, was ich nicht sagen muss. Ich sage das nicht, was ich nicht. Ja, so. Komm, in die Mitte. Ja. Hey, Eisenmasker, hast du vielleicht einen Moment? Hey, Dagon, wovon kann ich dir dienen? Naja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft, oder? So langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Schließlich trägst du bald Balcev gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück haben wir einen Schmied vor Ort. Ihr solltet euch mal ansehen, was er gefertigt hat. Nice. Endlich geht's an den Chatter. Und wir haben noch keinen Galt ausgegeben, glaube ich. Oh ja. Beratet dich mit dem Schmied im Gasthaus. Ja, das machen wir. Ah, jetzt hat meine Konfiguration nicht geladen. Cut. So, da habe ich sie wieder zurück. Meine Springe auf X-Konfiguration. So, normalerweise lädt Steam die automatisch sauber, aber ich habe mein Pad irgendwie, war glaube ich noch auf einen anderen Launcher gemappt. Bist du hier der Schmied? Ja. Deon hat mich schon aufgeklärt. Ich mache nicht nur Werkzeuge für Bauern, sondern auch Waffen für die Kamesinkränen. Da es hier um dich geht, muss ich einfach helfen. Ich schmiede euch die besten Waffen, die ich mit den Materialien, die ich habe, fertigen kann. Nice. So, wir haben 3800 Galt. Und guckt mal, Leute. Nein, wir brauchen Astral-Kristallkorn. Woher kriege ich ein Astral-Kristallkorn? Das Schmied sieht nicht so gut aus. Ja, das sieht nice aus. Aber die Steigerung, ne? Minimal im Vergleich. Astral-Kristallkorn. Okay. Den haben wir noch nicht. Verkauft er das? Ne. Okay, aber das Primitivschwert ist Langschwert. Nehmen wir, das sieht halt auch schöner aus, ne? Klassisch. Plus 17. Nehmen wir. Und plus 27 durchdringen. Fertigen und Ausrüstung. Danke. Achso, und was ist für sie? Das ist das Beste, was ich dir derzeit bieten kann. Bringt mir mehr Materialien, ich mach dir was noch Grandioseres. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wusste nicht, dass Zeugelteile so vielseitig sind. Danke. Freut mich, das zu hören. Ich überlasse den Rest dir. Mach Rena die Hölle heißen, befreie uns. Ja, das ist der Plan. Ja, dafür kriegen wir schon mal wieder 500 Galt. 600 Galt ausgegeben, 500 Galt bekommen. So, nochmal. Er kann ihren einfaches Gewehr machen. Oh, wir brauchen aber auch einiges. Okay, Astral-Kristallkorn und Steinfragment. Und ich glaube, diese Zahl vorne dran am Symbol ist, äh... ... die Stufe. Also es gibt wahrscheinlich irgendwelche Tiere. Für Materialien. Wertigkeiten. Ja, wunderbar. Sieht doch schön aus. Schönes, klasse Schwert. Schau dir das, ey. Was ist denn? Oh nein, das ist eine Maske. Oh nein, das ist eine Maske. Nein, das ist eine Maske. Wunderbar, ich mag Maskenmann. Eisenmaske. Es ist ein Zeitpunkt. Ich will nur den Kugel, Bies. Das ist nur das. Das war's für mich. Es hat jeder gesagt, dass ihr so etwas Schmerz vorgestanden habt. Es ist alles ein Schmerz. Es ist ein Schmerz, den ich büren, die auf dem Schmerz. Die Schmerz ist an der ganzen Stadt, und die die Schmerz sind bei den Schmerz, das ist eine Schmerz. Aber es muss man sich die Sache auf die Hauptgeschmalle. Ich bin auch ein Schmerz. Schmerz? Aber dann ist es... Oh, ja. Es gibt die Schwerpunkte für Sie, die beiden Schwerpunkte. Deswegen möchte ich jetzt ein paar Mal durchgehen. Ich werde jetzt nicht weiterentwickeln. Wenn Sie nicht weiterentwickeln, dann wird es nicht weiterentwickelt. Wenn Sie nicht weiterentwickeln, dann wird es nicht weiterentwickelt. Und ich werde wieder zurück in den Schwert. Wenn Sie das, wenn Sie das wünschen? Ich will nicht. Ich will nicht. Wie machen Sie? Wie wollen Sie? Ich will... Ich will kämpfen. Was ist das für Sie? Was ist das für Sie? Was ist das für Sie? Ich würde mich, weil Sie die Leute nicht zu tun haben. Denn ich würde nicht mehr die Leute als Sie nicht die Möglichkeit. Ich würde mich nicht toма verlieren für sie! Ich würde mich für Sie nicht civilization! Ich würde mich für Sie nicht zu sein! Wir müssen uns jetzt an den Sie uns vor. Ich möchte Sie nicht vergessen. Ich werde Sie sich schrauben. Das war's für mich. Es geht ans Eingemachte. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das fühlt sich sehr feierlich an. So, hast du noch irgendwas sonst? Ja. Nix Neues. Haben wir alles, was wir brauchen. Ah, hier gibt es nochmal Info. Du musst durch die Sandinus-Schlucht gegangen sein, um herzukommen, oder? Ist das immer noch dieser Zeugel? Großes Vieh. Sieht aus wie ein Insektenflügel. Sensen ist Arme. Ja, das haben wir schon. Da habe ich schon gequatscht. Der sagt ja hier, ne? Und ich sage immer, nee, wir sind ja nicht stark genug. Das sind wir auch nicht. Bei 2000 Dings. Und wir haben jetzt einiges erledigt. Ich hoffe, wir können ihn später noch machen. Das ist nicht tatsächlich angedacht, dass man dieses Vieh... Jetzt schon erledigt. So, was für so ein Rechtsraus ist ein Aufzug. Ah, da oben waren wir auch noch nicht. Jetzt bestimmt Blut, bevor wir den Aufzug suchen. Das ist eine Eule. Das ist eine Eule. Das ist eine süße kleine Eule. Schuhu. Yes, Hasenohren, die Unschuld ausstrahlen. Sie sind groß genug, um auch die leisste Unterhaltung mitzuhören. Danke. Danesche Eulen hause an verborgenen Stellen im ganzen Land. Vielleicht lohnt es sich ja für Abenteurer, die sich die Mühe machen, sie auch zu spüren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe. Alright. Machen wir mal einen Cut und ich suche den Aufzug. So, da ist er. Der Prank, der groß und fett. Und da muss man mal ein kurzes Küche machen. Das ist zu schön. Auch wenn sie jetzt wieder quatschen. Irgendwo schnarcht dort. Aber wir heben jetzt unsere... ganze Power auf für alles, was da jetzt kommt. All right. Schon in der Fertigkeiten-Matrix habe ich jetzt den beiden nochmal Fähigkeiten dazu gegeben. Das ist hier der Sternenstaub als Luftangriff. Plus Eisenmaske hat ein AL mehr. Sprich, wir haben da ein bisschen mehr Ressourcen für unsere Artis. Und Xion hat jetzt noch Toxizität dazu bekommen. Und da bin ich mal gespannt jetzt, ob sie das auch so nutzt, weil ich sie ja nicht direkt spiele. Also ich switche nie auf sie. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Flammenschlag nicht hier aufgeführt war zur Auswahl. Also zum aktiven Ausführen. Sondern eben aushaltbar. Und sie es trotzdem am Anfang gemacht hat. Da bin ich mal gespannt, ob sie das mit Toxizität auch macht. Ich hoffe es. Aber wir nehmen jetzt erstmal Löwaufzug. Okay, das wird Ätchen geben. Endlich. Okay, das war's. Schuhu! Schuhu! Ich weiß, dass unser großer Kampf bevorsteht, aber ich will nicht, dass einer von euch stirbt. Die besten Siege sind die, die alle überleben. Da hat sie recht. Aber es könnte eng werden. Wenn ihr hier runter geht, landet ihr direkt am Hintereingang des Schlosses. Wir zählen auf euch! Oh nein! Ist das sicher ein Leiter? Ne, keine Leiter. Da ist der Leiter. Oh ja! Da kann man gut Marshmallows und Büsschen machen. Oh ja! 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 Das ist keine gute Idee, das dahinten rauszupacken. Naja. Nein, ich habe gerade erst FP ausgegeben. Wobei das war eh ein Luftangriff, das ist gut, weil das tut ja nicht so weh. Inferner Strom hat er jetzt gelernt. Brandwelle führt einen glühend heißen Drehangriff aus, der den eigenen Körper von Eisenmaske verbrennt. Der Angriff ist großflächig und bringt fast jeden Gegner zu Bogen. Er wird stärker je mehr KP du aufpasst. So, das ist auch kein direkter Artis. Das kenne ich noch aus der Demo, wenn ich die Angriffstaste gedrückt halte. Beziehungsweise nach dem Artis, wenn ich die Artis-Taste gedrückt halte. Dann macht er das. Bis wir damit sagen, dass drinnen auch noch Soldaten sind. Zum Glück hat er noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Es wird Zeit von einem Schwert auch mal Gebrauch zu machen. Los geht's. So, genau. Die Artis-Taste gedrückt halten. Das kostet kein ARL, aber es kostet uns halt KP. Böse. Böse. Interessant ist, dass es bei mir nur mit der Artis-Taste mit Viereck macht. Aber es ist wurscht. Was würde ich machen, aber... Ja, verbraucht halt gut KP, ne? Buchschläge erledigen Gegner mit einem Schlag und werden mit Verbündeten ausgeführt. Erscheint beim Gegner Schlag. Drücke die Gepärte, um sich sofort einzusetzen. Buchschläge sind bei geringen KP... Gegner KP und höheren Kombo zählen häufiger. Ja, wissen wir ja schon. So, das war's. Uh. Wundervoll. Gut, dass wir sie jetzt erledigt haben, bevor sie Ärger machen konnten. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Ja, diese Flammenwand. Glaubst du, Balzell steckt dahinter? Wahrscheinlich schon. Sie soll Leute wie uns fern... Ah. Glaubst du, Balzell steckt dahinter? Sie soll Leute wie uns wohl fernhalten. Sollen wir versuchen, die durchzurennen? Ja. Sei nicht albern. Dass du keine Schmerzen spürst, heißt nicht, dass die Flammen dich nicht zu Kohle verschmoren würden. Tja, was schlägst du dann vor? Ich spüre, dass diese Flammen auf jeden Fall aus Feuer-Astral-Energie bestehen. Vielleicht probieren wir, ob wir die Energie mit meinem Meisterkern stören können und dann absorbierst du die Flammen mit dem Flammenschwert. Du willst also im Prinzip, dass ich mein Flammenschwert dagegen einsetze? Klar, kein Problem. Okay. Und wir haben eine weitere gusseisende Hundemarke. An dieser spannenden Stelle endet diese Episode schon wieder. Und ja, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Reinschalten. Denkt dran. Tales of Arise-Episoden erscheinen bei mir montags und freitags. Das kann eine, zwei oder drei Episoden sein, je nachdem. Checkt das aus. Und die Playlist findet ihr in der Beschreibung. Und könnt dort eben auch alle Videos dann entsprechend angucken. Wenn ihr den Kanal abonniert, kriegt ihr auch mit, wenn Videos hochkommen. Und mittwochs und sonntags gibt es Resident Evil Village. Ich bin erstmal draußen.